The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 2. März. Das war nicht die Rede, die der ukrainische Präsident in Kiew sich von seinem amerikanischen Kollegen erhofft hatte. Joe Biden lieferte in seiner State of the Union moralische Unterstützung, aber eben keinen Zentimeter mehr. Putin werde einen Preis zahlen, sagt er. Der Westen sei geschlossen, sagt er. Putin werde auf eine Wand der Einigkeit treffen, der Mann im Kreml sei isoliert. Und natürlich verneigt er sich vor dem Widerstand des tapferen ukrainischen Volkes. Every Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination literally inspires the world. Groups of citizens blocking tanks with their bodies. Everyone from students to retirees to teachers turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, light will win over darkness. The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand, stand and send an unmistakable signal to the world, to the Ukraine. Aber nach dieser Erweckungsrede machte es Puff. Die USA werden russische Fluggesellschaften aus dem amerikanischen Luftraum verbannen. Das war's. Keine militärische Unterstützung für die Ukraine, keine weiteren Sanktionen, kein Verzicht auch auf russische Lieferung von Gas und Öl nach Amerika und Westeuropa. Putin ist isoliert, aber sein zentrales Geschäftsmodell, der Verkauf von Energie, kann er aus dieser Isolation heraus weiter betreiben. Auch die Sanktionen bezüglich der SWIFT-Transaktionen im Banksystem sind so designt, dass der Westen für seine Energielieferung weiter pünktlich bezahlen kann. Und zwar in Devisen. Der Krieg läuft und die russischen Energiegeschäfte laufen auch. Biden ist nun mal der Präsident, der die ausländischen Kriege der US-Armee beenden möchte und nicht neue beginnen. Die Schmach von Kabul wirkt bei ihm nach. Kiew darf kein zweites Kabul werden. Das war im Grunde die tiefere Botschaft. Biden bereitete seine Landsleute auf schwierige Nachrichten aus Osteuropa vor. Putin kann Kiew mit Tanken zirkeln, aber er wird niemals die Herzen und Seelen der iranischen Menschen gewinnen. Er wird niemals ihre Liebe verhindern und er wird niemals, niemals die Resolven der freien Welt verhindern. Es war so gesehen keine positive Rede. Es war eine realistische Rede. Und deshalb war es eine bittere Rede. Die unbequeme Wahrheit ist diese. Putin ist isoliert, ja, und die Ukraine ist einsam. Der Westen ist geschlossen, ja, aber eben auch geschlossen dagegen, sich militärisch zu engagieren. Der Westen schaut zu, wie die russische Python ihr ukrainisches Opfer erdrückt. Biden sprach als Schlangenbeschwörer, aber er berührte das Biest nicht. Die Rede ist das eine, ihre politische Interpretation, das andere. Und damit nach Washington zu Peter Ross Range. Peter ist ein White House Reporter, wie er im Buche steht. Früher war er übrigens auch Deutschland-Korrespondent für Time Magazine. Good morning, Peter. Good morning, Gabor, from a tense Washington, where everyone is focused on events in Europe. Joe Biden gave a speech about the war in Ukraine, and he wanted to present himself as a strong leader, of course. Was he successful with that? I think he succeeded, Gabor. Biden was very hard on Vladimir Putin, accusing him of trying to shake the foundations of the free world. President Biden also took credit for building a wall of strength among the Allies, which is the main thing that Americans have noticed about him in recent weeks. And even in the domestic part of his speech, Biden projected a kind of energy and urgency that carried his audience with him, hardly allowing interruptions or catcalls from the Republican side. Biden used his whispering style and his shouting style. The combination worked, I think, overcoming his occasional verbal stumbles and projecting, indeed, a reinvigorated leader. After all the rhetoric of the last few days, does diplomacy with Russia, Peter, still have a chance? Or do you think that door is closed now? Well, Biden said that Putin had rejected every effort at diplomacy and is the only one to blame for their failure. Just hours before the speech, in addition, Secretary of State Blinken moved to have Russia taken off the United Nations Human Rights Council, yet another signal that the diplomatic path may now be closed. Thank you, Peter, to Washington. Thank you, Gabor. Have a good day in Berlin. Und nach dieser Bewertung von Peter Ross Range begrüße ich bei mir im Studio Gordon Repinski, um mit ihm zu sprechen über die schwierige Nacht in der Ukraine. Guten Morgen, Gordon. Guten Morgen, Gabor. Ein 60 Kilometer langer Konvoi von gepanzerten Fahrzeugen, Panzer, Artillerie. Mit diesen schrecklichen Bildern sind wir eingeschlafen. Was, Gordon, ist seither passiert? Gab es größere Kampfhandlungen heute Nacht rund um Kiew? Ja, Gabor, man muss sagen, es ist tatsächlich in der ganzen Ukraine, also auch rund um Kiew, in dieser Nacht eher ruhig geblieben. Es gab offenbar einen Beschuss der Stadt Chitomir mit russischen Marschflugkörpern. Chitomir liegt 140 Kilometer westlich von Kiew. Die Stadt hat 270.000 Einwohner. Bei diesem Angriff sind Wohngebäude und ein Krankenhaus getroffen worden. Das ukrainische Innenministerium spricht von vier Toten, die es bei dieser Attacke gab. Und auch in Schakiv waren vereinzelt wieder Explosionen zu hören. Aber wie gesagt, im Vergleich zu den Nächten davor muss man wohl mit Blick auf diesen langen Militärkonvoi Richtung Kiew von einer Art Ruhe vor dem Sturm sprechen. Was sonst noch, Gordon, ist in dieser Nacht passiert? Unsere Bundesaußenministerin hatte ja ihren Auftritt vor der UN-Hauptversammlung in New York. Ja, exakt. Annalena Baerbock war in New York und da hat sie die internationale Staatengemeinschaft aufgefordert, den russischen Angriff auf die Ukraine geschlossen zu verurteilen. Russland habe die internationale Friedensordnung brutal angegriffen, sagte sie. Deswegen geht es bei diesem Krieg nicht nur um die Ukraine, nicht nur um Europa, sondern um uns alle. Russlands Krieg markiere den Beginn einer neuen Ära. Aber es sei ein Wendepunkt, sagte sie auf Englisch. Wir wachen in einer neuen Realität auf und niemand hat diese Wirklichkeit gewählt. Diese Realität hat uns Präsident Putin aufgezwungen. Der Krieg von Russland ist ein Aggressionskrieg und er beruht auf Lügen. Aber warum muss sie eigentlich so eindringlich reden? Ist das nicht alles auch für die anderen Staaten selbstverständlich? Leider nein, Gabor. Indien und China, um nur zwei Beispiele zu nennen, haben ja bisher im Weltsicherheitsrat die Invasion Putins nicht einmal verurteilt, sondern sich eben nur enthalten. Und Gabor, lass uns noch einmal auf die anderen Geschehnisse schauen. Der internationale UN-Gerichtshof wird bereits in der kommenden Woche die Klage der Ukraine gegen Russland verhandeln. Das teilte das Gericht gestern in Den Haag mit. Vielen Dank, Gordon, für dieses morgendliche Update. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit Werner Baumann, dem Vorstandschef der Bayer AG, spreche ich über den Krieg in der Ukraine, die Herausforderungen für den Konzern und die globalen Folgen für die Welternährung. Weil die Ukraine und Russland zusammen etwa 28 Prozent der globalen Soja- und Maisversorgung stellen. Und sollte die Ukraine als Lieferant ausfallen, werden wir vor allen Dingen massive Versorgungsengpässe in Nordafrika und im Nahen Osten sehen. Außerdem, unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weisbach sprechen über den Ölpreis und erstaunliche Gedankenspiele in Sachen Atomkraft. Außerdem, der erfolgreichste Saubermann des Rock'n'Roll kommt langsam ins Rentenalter. Ich weiß gar nicht, wie ich alle begrüßen sollte, bei welchem Namen sie nennen sollte oder wie ich den Gruß aussprechen soll. Ich kann nämlich nicht sagen, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, ich kann das Wort Guten nicht sagen. Und das stimmt leider. Denn jeder Tag, jeder Tag ist für viele Menschen dieser Tag kein guter Tag. Für viele Menschen ist es der letzte Tag. Volodymyr Zelensky, der Staatschef der Ukraine und das mahnende Sprachrohr seines Landes, gestern bei einer Schalte zum Europäischen Parlament. Der Mann beschwört die Weltgemeinschaft um Beistand. Er ist der Botschafter eines in Not geratenen Landes. Die Folgen des Krieges sind noch gar nicht abzusehen. Wie sehr er noch eskaliert, wie lange er noch dauert und welche drastischen ökonomischen Folgen er haben wird, nicht nur für die Ukraine, sondern weltweit. Ich habe darüber mit Werner Baumann gesprochen, dem Vorstandschef der Bayer AG und damit eben auch der Chef von 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. 2.500 von ihnen arbeiten in Russland und der Ukraine. Der Konzern ist nicht nur einer der größten Hersteller von Medikamenten, sondern auch von Saatgut. Die Bilanz von Bayer, das nur nebenbei wurde gestern für das Jahr 2021 veröffentlicht. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent auf über 44 Milliarden Euro. Bei über 11,2 Milliarden Gewinn, Vorsteuern, Zinsen, Abschreibung, sodass, wenn man alles abzieht und auch noch Geld für die Forschung beiseite legt, eine Milliarde als Konzernergebnis übrig bleiben. Immerhin, da stand vor nicht allzu langer Zeit ein fettes Minus. Aber wie geht es jetzt weiter mit einer Firma, die man gemeinhin als die Apotheke der Welt bezeichnet? Was bedeutet dieser Krieg für den Konzern, aber auch mit Blick auf die Welternährung, den Hunger, mögliche Hungerkrisen? Krieg, Hunger, Unwägbarkeiten, dutzendfach. Dass wir im 21. Jahrhundert ein Vorstandschef und ein Journalist über diese Themen so seriös austauschen, uns austauschen müssen, schon das zeigt, dass wir in einer anderen Zeit leben. Einen schönen guten Morgen, Werner Baumann. Ja, guten Morgen, Herr Steingart. Ich grüße Sie. Wir haben Krieg in Europa. Hätten Sie sich das vorstellen können zu Ihrer Lebzeit? Ich war vor zehn Tagen mit einigen Kollegen noch bei der Münchner Sicherheitskonferenz und das war wirklich surreal. Da ging natürlich die Meinung auseinander, steht ein Einmarsch in die Ukraine unmittelbar bevor oder nicht? Die Optimisten unter uns, zu denen ich ehrlich gesagt auch gehört habe, haben gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Und kaum 72 Stunden später sehen wir diese schrecklichen Bilder und das mitten in Europa. Das ist das Letzte, was ich mir hätte vorstellen können, auch in der Generation, in der ich lebe und in der ich groß geworden bin. Sie selbst sind ja dort vertreten, sowohl mit Ihren Produkten als auch mit Mitarbeitern. Wie geht es denen und wie ist Ihr Kontakt im Moment sowohl nach Russland als auch in die Ukraine? Ja, die Situation, ich glaube, das können wir uns, unabhängig von der Betroffenheit, die wir alle haben, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir haben gestern eine Führungskräfte-Teams-Session gehabt, die wir so jedes Quartal machen. Und wir haben natürlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus der Ukraine stammen. Wenn man dann unseren Kolleginnen und Kollegen zuhört, die sagen, wir brauchen erstmal die Möglichkeit, uns zu organisieren und zu kommunizieren, weil viele Dinge in der Ukraine gar nicht mehr möglich sind. Wir haben uns darum gekümmert, dass die Leute teilweise in Notkunftsverkünfte gehen können. Es kommt natürlich keiner mehr zur Arbeit, es sollen alle zu Hause bleiben. Und darüber hinaus, auch die Bilder haben wir ja gestern und vorgestern gesehen. Es ist extrem schwer, an Geld zu kommen. Und auch hier haben wir sichergestellt, dass unsere Leute erstmal ein Handgeld haben, mit dem sie sich dann mit dem Nötigsten versorgen können, weil halt auch die Zahlungssysteme inzwischen massiv unter Mitleidenschaft gezogen worden sind. Übrigens nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland. Das heißt, Sie haben einen eigenen Geldtransporter in die Ukraine geschickt? Ja, wir haben schon die Möglichkeit, an Geld zu kommen. Und hier stehen jetzt zunächst mal pro Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1000 Euro an, die die Leute erstmal bekommen, um sie, wie gesagt, erstmal Grund zu versorgen in dieser Situation. Wie viele Menschen arbeiten für die Bayer AG in der Ukraine? Wir haben rund 700 Kolleginnen und Kollegen, die in der Ukraine arbeiten. Und dann in Russland nochmal 1800. Sie liefern ja in alle Welt Medikamente, also ein Gut, das tatsächlich der Gesundheit, der Volksgesundheit dient. Und daher die Frage, sind Sie von den Sanktionen betroffen? Oder ist ein Unternehmen, ein Pharmaunternehmen da ausgenommen? Wir sind ja seit über zwei Jahren im permanenten Krisenmodus. Wenn ich nur mal rekapituliere, wo wir Anfang 2020 gestanden haben, wo die Pandemie uns dann vollgetroffen hat. So, jetzt kommen wir so langsam an das Ende auch mit den Lockerungsmaßnahmen, die wir ja jetzt in den nächsten Wochen auch in Deutschland sehen werden. Und jetzt haben wir die nächste globale, politische, möglicherweise auch im Entstehen begriffene humanitäre Krise. Und hier geht es jetzt darum, vor allen Dingen für Nahrungsmittelsicherheit und Versorgung zu sorgen und gleichzeitig in den betroffenen Ländern natürlich die Medikamentenversorgung aufrechtzuerhalten. Denn das Letzte, was wir wollen, ich glaube, das Letzte, was auch die Politik mit den Sanktionen will, ist, dass die Zivilbevölkerung getroffen wird. Also von daher hoffen wir, dass wir die Versorgung dieser Märkte, die Versorgung der Patienten, die ja auf viele unserer Produkte auch eingestellt sind, dass wir die aufrechterhalten können. Aber bislang sind Sie nicht betroffen. Das heißt, für Sie gibt es keinen Lieferstopp an der Grenze? Wir sind bislang nicht betroffen. Wir haben natürlich auch zugesehen, dass wir eine gewisse Grundbevorratung für diese ganz wichtigen Produkte in der Ukraine und auch in Russland haben. Aber wir sind natürlich genauso wie alle anderen betroffen von den großen Problemen der Aufrechterhaltung der Lieferketten. Die Haupteinnahmequelle des russischen Staates und damit auch seines kriegsführenden Präsidenten ist die Energie, Rohöl und auch Gas. Deutschland ist der Hauptabnehmer von Gas und an dritter Stelle beim Öl. Was denken Sie, hätte man das und sollte man das in einer nächsten Runde unsere Energiebeziehungen mit einbeziehen in ein Sanktionsregime? Für unseren Teil kann ich Ihnen sagen, dass wir natürlich auch darauf angewiesen sind, Zugang zu Energien zu haben, damit wir unsere Produktionen hier vor allen Dingen in Deutschland zunächst mal aufrechterhalten können, wo Stichwort Apotheke der Welt auch für unser Unternehmen, der ganz überwiegende Teil der weltweit verkauften Wirkstoffe nach wie vor hergestellt wird. Und wir haben unsererseits entsprechende Sicherungsstrategien inzwischen aktiviert. Und wir sind natürlich auch nicht mehr so energieintensiv wie viele chemische Unternehmen, weil wir halt inzwischen ein anderes Geschäftsportfolio haben. Das heißt, wie hoch ist Ihre Energieabhängigkeit und wenn es tatsächlich zu einem Energieboykott der russischen Energielieferung käme, würden dann bei Ihnen in den Werken die Lichter ausgehen, Herr Baumann? Unser Geschäft hat ja eine Größe von rund 44 Milliarden. Das ist ja das, was wir gerade bekannt gegeben haben für das Jahr 2021. Wenn wir unsere Energiebezüge im Verhältnis zu dieser Geschäftsgröße sehen, haben wir eine Kostenposition von etwa einer halben Milliarde Euro. Wir haben in den letzten anderthalb, zwei, drei Jahren auch sehr stark investiert in nachhaltige Energiebezüge. Das heißt also aus Renewables. Das heißt, ein Viertel unseres Energiebedarfs kommt aus Renewables. Also insofern ist das natürlich schon mal grundsätzlich ohnehin eine gute Sache. Aber jetzt, was die Versorgungssicherheit mit Energie angeht, nochmals von deutlich höherer Relevanz. Und darüber hinaus sind unsere Einkäufer dabei, Energiequellen für unsere Energiebezüge zu sichern. Wichtig ist hierbei auch, dass vor allen Dingen in der Medikamentenproduktion ein Energieausfall beispielsweise in Wuppertal für uns bedeutet, dass die Versorgung der Welt mit Medikamenten von Bayer massiv getroffen wäre, weil wir den ganz überwiegenden Teil unserer Medikamente in Wuppertal herstellen. Und insofern wird es da sicherlich auch ein Regime geben, wenn es darum geht, sehr kritische Produktionen im Verhältnis zu weniger kritischen Produktionen zu priorisieren. Das ist auf jeden Fall das, was ich erwarte. Sie haben eine, muss man sagen, eine veritable Bilanz vorgelegt für 2021. Die Frage ist, wie geht es weiter? Oder sagen Sie, ein solcher Konzern ist heute so resilient aufgestellt, dass er nach einer Pandemie auch mit einem Krieg umgehen kann, ohne dass es zu Entlassungen, ohne dass es zu Gewinn- und Umsatzverlusten kommen wird? Nun, es ist natürlich so, dass wir nach einem guten Jahr 2021, Sie hatten es ja gerade auch noch mal erwähnt, Herr Steingart, zunächst mal doch mit einem gewissen operativen Optimismus auf das Jahr 2022 geschaut haben. Wir sehen Märkte in guter Verfassung. Wir sehen natürlich inflationsbedingte Kostenanstiege, die wir bestmöglich versuchen zu mitigieren, teilweise auch in unseren Preisen weiterzugeben. Wir erwarten eigentlich ein sehr, sehr gutes Jahr 2022. Allerdings sind die Effekte aus diesen kriegerischen Handlungen in der Ukraine und in Russland da natürlich nicht eingepreist. Das heißt, Sie haben Ihren Forecast gemacht, erst mal sozusagen Minus der aktuellen politischen, militärischen Entwicklung? Ja, ohne Berücksichtigung dieser Entwicklung. Und für uns geht es jetzt darum, diese Situation bestmöglich zu managen, bestmöglich zu mitigieren. Das betrifft einerseits natürlich unsere Belegschaft. Das betrifft aber vor allen Dingen auch Kunden und Patienten in diesen Ländern, die wir nach wie vor versorgen wollen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass globale Krisensituationen immer auch globale Ernährungskrisensituationen nach sich ziehen können. Und wir haben hier eine ganz, ganz schwierige Situation, weil die Ukraine und Russland zusammen etwa 28 Prozent der globalen Soja- und Maisversorgung stellen. Und vor allen Dingen in der Ukraine ist das der größte Teil der Volkswirtschaft in Bezug auf Exporte. Sollte die Ukraine als Lieferant ausfallen, werden wir vor allen Dingen massive Versorgungsengpässe in Nordafrika und im Nahen Osten sehen. Und das ist etwas, an dem wir intensiv auch mit anderen Partnern arbeiten, um hier diese Situation, soweit es geht, zu entscharfen. Was kann man da tun? Eine Firma, die sich dem Nicht-Hungern der Menschen Hunger für niemanden verschrieben hat, ist ja da besonders gefordert. Wenn eine solche tatsächlich, ein Ausfall eines solch wichtigen Produzenten von Soja wie die Ukraine tatsächlich sich materialisiert, was können Sie da überhaupt tun? Wir können eine ganze Menge tun. Wir haben sichergestellt, dass in der Ukraine genug Saatgut ist, damit die Landwirte ihre Felder bestellen können. Das muss aber jetzt in einem halben Jahr dann auch soweit sein, dass die Ernte ebenfalls außer Landes gebracht werden kann. Und das bedarf vernünftiger Logistikkapazitäten, das bedarf einer engen Abstimmung mit den entsprechenden Getreide- und Commodity-Händlern und natürlich auch einer Möglichkeit, soweit es geht, diese Bereiche von möglichen Sanktionsmaßnahmen freizustellen, weil sie weit über die Ukraine hinaus letztendlich die Zivilbevölkerung in anderen Teilen dieser Welt massiv treffen würden. Und daran arbeiten wir. Verstehe. Ihr Geschäftsmodell ist ja normalerweise nicht krisenbewältigend, schon gar nicht globale, politisch verursachte Krisen, sondern Sie gucken im Bereich Pharma beispielsweise ja ein Stück weit in die Zukunft. Ich sehe in Ihrer Bilanz, dass Sie enorme Summen, ich meine 5 Milliarden Euro gelesen zu haben, pro Jahr investieren Sie in die Forschung. Was genau tun Sie mit diesem Geld? Und erwarten Sie, Herr Baumann, bei einer der großen Krankheiten, Herz-Kreislauf-Krebs beispielsweise, Durchbrüche, Durchbrüche, die noch unser Leben verbessern könnten? In der Pharmaindustrie ist es ja nicht unser Geschäft, immer wieder die gleichen Krankheiten zu behandeln, sondern Leute gesund zu machen. Das heißt, die Krankheit auszurotten doch eigentlich? Ja, das ist uns ja bei einigen Infektionskrankheiten sehr gut gelungen. Es gibt aber andere Krankheiten, die mit den heutigen Instrumenten oder mit den Instrumenten von vor 5, 6 Jahren einfach nicht therapierbar waren und schon gar nicht heilbar waren. Und hier stehen wir wirklich am Beginn einer Zeitenwende. Durch die neuen biotechnologischen Verfahren gibt es Möglichkeiten, bestimmte Defekte im Erbgut von Menschen, die geboren werden, mit diesen Defekten möglicherweise zu heilen. Wir kennen alle Familien, in denen Kinder leben, die unter Mukoviszidose leiden. Das ist eine ganz schreckliche Stoffwechselkrankheit, die einen einzigen Gendefekt als Ursache hat. Und heute kann man über Zell- und Gentherapieansätze letztendlich die ersten Methoden entwickeln, um nicht nur zu therapieren, lebenslang, sondern wirklich möglicherweise zu heilen. Ein anderer Beispiel ist beispielsweise die Bluterkrankheit, wo das bei sogenannten auf Einzelgendefekten basierenden Krankheiten heute schon möglich ist. Indem man in das Erbgut eingreift. Ist das der Weg? Ja, man greift in das Erbgut ein, um den Fehler der Natur zu korrigieren und damit letztendlich vollkommene Gesundheit herzustellen. Wir sind in vielen Bereichen, was Forschung und Entwicklung angeht, dort aktiv. Es gibt die ersten Präparate, die bereits zugelassen sind. Und wir arbeiten bereits im Menschen mit den ersten Patienten, die in dieser klinischen Studie bereits drin sind, an einem möglicherweise heilenden Ansatz für Parkinson. Das ist eine ganz schreckliche Krankheit, für die es seit 50 Jahren keine neuen Therapieansätze gibt, die dann über die Degeneration des Körpers letztendlich immer zu einem ganz schrecklichen Tod führt. Und wir sind heute so weit, dass wir hier einen biotechnologischen Ansatz haben über eine Stammzellentherapie, die wir bereits in den ersten Patienten erproben. Und in der zweiten Jahreshälfte hoffen wir, die ersten frühen Ergebnisse aus dieser klinischen Studie zu sehen. Wie viel Zeit bleibt Ihnen als Vorstandsvorsitzender im Moment, sich um Ihr eigentliches Kerngeschäft im Agrarbereich, im Life-Science-Bereich, im Pharma-Bereich zu kümmern? Und wie viel Zeit bindet die aktuelle politische Situation für Sie? Ich denke, wir sind wie immer im Leben. Wenn das Geschäft gut läuft, ist es alles etwas leichter, als wenn zu einer massiven externen Krise auch noch große Probleme im eigenen Geschäft kommen. Wir haben ein extrem gutes Jahr 2021 gehabt. Wir sind nach wie vor, trotz der derzeitigen Situation, zuversichtlich für 2022. Und ich habe schon auch die Zeit, mich jetzt um einige dieser ganz wichtigen, auch politischen Themen zu kümmern. Und bin, by the way, jetzt nach unserem Call und dann nach einem weiteren, den ich hier habe, werde auch wieder auf dem Weg nach Berlin. Letzte Frage. Ist vielleicht die schwerste, Herr Baumann. Sie haben viel gesehen und gehört in diesem Leben schon. Glauben Sie, dass es einen größeren europäischen Krieg geben wird? Ich habe darüber über die letzten Tage viel nachgedacht. Und ich würde mir wünschen, Ihnen sagen können, dass ich das ausschließen kann. Aber ich glaube, wir haben eine Risikolage, wie wir sie in den letzten 50 Jahren nicht mehr gehabt haben, seit der Kuba-Krise. Vielen Dank für die ehrliche, authentische Einschätzung, Herr Baumann. Einen fröhlichen Tag im Rahmen der Möglichkeiten. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Steingart. Machen Sie es gut. Was macht die perfekte, schöne Frau aus? Die vermeintlichen Antworten und Stereotype, die uns in Werbung, in Filmen, auch in Serien präsentiert werden, sind klar, immer schlank, immer rank, immer sportlich. Die Frisur sitzt bei jeder Lebenslage. Die Realität sieht anders aus, menschlicher Ebene. Falsche Ideale führen zu einer verqueren Betrachtung des weiblichen Körpers. Und im schlimmsten Fall auch zu Schäden der Gesundheit der körperlichen und der seelischen. Die Schauspielerin und Regisseurin Caroline Herfurt machte sich schon im Alter von 15 Jahren Gedanken um ihr Äußeres und wollte dem Ideal ihrer Zeit, ihrer Generation oder der Männerwelt ihrer Generation entsprechen. Sie musste erst lernen, sich von diesem Frauenbild freizumachen. Über ihre Erfahrung und über ihren Film, wunderschön, spricht meine Kollegin Aleph Doan mit ihr im achten Tag. Hören wir doch hinein einen Ausschnitt aus diesem sehr interessanten Gespräch. Ich bin sehr stark in dem Glauben aufgewachsen, etwas sein zu müssen, was nicht von alleine so ist. Was heißt, was nicht von alleine so ist? Naja, dass ich einer anderen Form entsprechen muss. Ich habe mich einfach im Spiegel anguckt und angefangen zu weinen mit 15. Also völlig, ich war schon sehr geprägt von diesem Anspruch, einem Ideal entsprechen zu müssen oder bestimmte Körperformen haben zu müssen oder dass das, was ich von mir aus habe, nicht ausreicht und dass es irgendwas da anders sein musste. Dass man sich das runtertrainieren muss, runterhungern muss, was auch immer. Also all diese Themen haben mich extrem begleitet. Also wirklich, also spätestens mit 13, 14 hat es angefangen und war das wirklich ein wichtiges und großes Thema in meiner Jugend und hat mich wahnsinnig abgelenkt von anderen Dingen, die ich hätte machen können und hat sehr viel Zeit und Kraft absorbiert. Und ich habe diese ganzen Bilder, die auf mich eingeprasselt sind von außen, ob es Werbung ist oder Zeitschriften oder was auch immer, einfach sehr geglaubt. Wann kam denn der Switch? Ja, ich glaube so mit 25 habe ich angefangen, da wurde die Langeweile dann einfach zu groß. Also es ist ja einfach wahnsinnig langweilig die ganze Zeit auf dem Laufband und so. Es macht ja keinen Spaß, wenn man die ganze Zeit nicht weiß, was einem eigentlich Spaß macht und nicht da dran ist, wo man die eigentliche Kraft herbekommt. Das ist ja langweilig am Ende und man wird ja auch nicht wahnsinnig glücklich, wenn man nicht zu dem kommt, was eigentlich das ist, was man kann und will und sucht und sich wünscht. Und ich habe mich irgendwann angefangen zu fragen, mache ich das gerne? Esse ich Sushi gerne oder mache ich das, weil das jetzt irgendwie wenig Kalorien haben soll? Und bin ich eigentlich gerne hier in dieser Sportstunde? Oder warum gucke ich die ganze Zeit auf die Uhr? Und dann bin ich tatsächlich auf die Suche gegangen nach dem, was mich eben anzündet. Wo fange ich an, dass von innen heraus Energie kommt, dass ich da Bock darauf habe, dass mir das Spaß macht. Wo beginnt der Lust- und Spaßfaktor? Und es hat tatsächlich dann sehr, sehr wenig mit dem Äußeren zu tun. Das ganze Gespräch zwischen Alev Doğan und Caroline Herford hören Sie im achten Tag auf thebioneer.de. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Der Krieg in der Ukraine hält weiter an und der Ölpreis spielt verrückt. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Der Ölpreis steigt immer weiter an. Welche Auswirkungen, Anne, haben die Sanktionen auf diesen Ölpreis? Und wird er sich womöglich in den nächsten Tagen stabilisieren können? Ja, für den Ölpreis ging es hier gestern bei den West Texas Intermediate Futures zwischenzeitlich um 11,5 Prozent nach oben. Ein Barrel Öl kostet jetzt über 106 Dollar. Das ist so hoch wie seit sieben Jahren nicht mehr. Was dahinter steckt, ist die Angst der Menschen, dass das Öl knapp werden könnte, weil Russland eigentlich ja als einer der Hauptimporteure für Öl hier gilt. Und um da jetzt unabhängiger von Russland zu werden und gegen diesen Preisanstieg anzukämpfen, hat die internationale Gemeinschaft beschlossen, 60 Barrel ihrer Ölreserven freizugeben. 30 davon sollen aus den USA kommen. Das sind ungefähr 4 Prozent der Ölreserven. Aber um das mal ins Verhältnis zu setzen, ist es trotzdem eigentlich echt gar nichts. Analysten hier sprechen schon eher von einem Tropfen auf dem heißen Stein. Russland produziert diese Menge an Öl in sechs Tagen. Das ist ja also eher eine kurzfristige Lösung. Analysten von Morgan Stanley haben ihre Preisvorhersage für Öl auch für die nächsten Monate schon angehoben. Die erwarten, wenn sich der Konflikt in der Ukraine nicht bald löst, Ölpreise von bis zu 125 Dollar. Und auch die Amerikaner hier an der Tankstelle bemerken den Preisanstieg schon. Das Benzin ist im Vergleich zum Vormonat um 24 Cent teurer geworden. Also mit einer schnellen Preiserholung rechnet hier an der Wall Street erstmal keiner so richtig. Vielen Dank, Anne, für diesen Einblick. Und wir schalten jetzt nach Frankfurt zu unserer gemeinsamen Kollegin Annette Weisbach. Einen schönen guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Gabor. In Anbetracht der Situation in der Ukraine und Deutschlands Energieabhängigkeit von Russland fordern nicht wenige und Robert Habeck hat es auch ins Gespräch gebracht, die Laufzeitverlängerung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland. Annette, sag uns, wie reagieren die Betreiber auf diese Forderung ist noch zu stark, aber auf diese Anregung oder auf diese Gedankenspiele? Nun, die Betreiber der drei noch aktiven Kernkraftwerke in Deutschland gehen damit unterschiedlich um. Wir haben Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2 noch am Netz. Das sind die letzten drei Kernkraftwerke und die werden von E.ON, RWE und EMBW betrieben. Während E.ON und EMBW zumindest schauen und prüfen, ob man die Laufzeiten verlängern kann, sagt RWE ganz kategorisch. Der Brennstoff ist Ende des Jahres aufgebraucht. Das ist also gar nicht so einfach, Kernkraftwerke länger laufen zu lassen, denn die Unternehmen, die bereiten sich ja schon seit Jahren auf das Ende. Und das ist schon ziemlich bald, nämlich Ende diesen Jahres von diesen Kernkraftwerken vor. Dankeschön, Annette. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, Gabor. Dir auch einen schönen Tag. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Na, dass die Ukraine jetzt kreativ wird in dieser Krise und versucht Russland mit wirklich außergewöhnlichen Waffen zu schlagen. Gewalt ist eben, wir wissen es, nicht die beste Lösung und das weiß offenbar auch der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov. Er macht jetzt den russischen Soldaten ein ungewöhnliches Angebot. Das Angebot nämlich zu desertieren. Stell dir vor, es ist Krieg und du gehst nicht mehr hin. Trefft eure Wahl. Kommt ohne Waffen und mit weißer Flagge heraus. Das schrieb der Minister in der Nacht zum Dienstag in einem Facebook-Post. Jeder Soldat, der seine Waffe jetzt niederlegt, bekommt 5 Millionen Rubel. Umgerechnet sind das noch immer ca. 40.000 Euro. Inkludiert ist auch eine volle Immunität. Eine Gefängnisstrafe droht also nicht. Jeder, der sich weigert, ein Besatzer zu sein, bringt den Frieden näher. Für diejenigen, die den Weg des Besatzers wählen, wird es keine Gnade geben. Alles, was die russischen Soldaten jetzt also tun müssen, um an das Geld zu kommen, ist das Codewort Millionen zu rufen. Das ist ein verlockendes Angebot. Denn das durchschnittliche Jahresgeld in Russland liegt bei noch nicht mal 10.000 Euro. Das Geld für die Aktion kommt von internationalen IT-Firmen. Und wenn sich russische Soldaten für die gute Sache entscheiden, naja, dann sollten sie allerdings besser das Geld schnell in Dollar und Euro umtauschen. Denn wie lange sich der Rubel noch halten kann, das ist mehr als ungewiss. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Na, dass man es auch als talentierter Biedermann in den Olymp des Rock'n'Roll schaffen kann. Dass das geht, hat John Bon Jovi auf eindringliche Art und Weise in den letzten Jahrzehnten seiner ja doch bemerkenswerten Karriere bewiesen. Schon mit 13 wusste der kleine John aus New Jersey, dass er Rockstar werden möchte. Und er hat seine Karriere von da an strategisch geplant. Seine Bandkollegen vergleichen ihn manchmal daher auch mit einem Konzern-CEO. Als Jugendlicher jobbte John zum Beispiel in einem Musikstudio als Hausmeister. Nicht unbedingt wegen des Geldes, sondern eigentlich nur deshalb, um nachts, wenn er alleine war, eigene Tracks aufzunehmen. Seine Band benannte er kurzerhand nach sich selbst. Bon Jovi ist sein echter italienischer Familienname. Und die Band-Mitglieder, die sind seit Gründung in den 80er Jahren alle bei ihm angestellt und nicht Teil eines unternehmerischen Kollektivs wie bei den Stones oder all den anderen Großen im Showgeschäft. Nachdem Bon Jovi als Vorband der Scorpions, das war im Jahr 1984, in den USA der Durchbruch gelang, kamen dann die ganz großen Erfolge mit dem dritten Studioalbum Slippery When Wet. Da möchte man noch denken, los geht's mit der Party, den Groupies und den Droh. Nicht bei Bon Jovi. Ganz brav heiratete er seine Jugendliebe Dorothea aus der Highschool, die er im Geschichtsunterricht kennengelernt hatte. Mit ihr ist er noch immer verheiratet. Das dürfte Premiere im Showgeschäft sein. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder. Und natürlich engagiert sich der Gute auch für das Gute in seiner Bon Jovi Soul Foundation. Damit greift der in Not geratenen Menschen mit Nahrungsmitteln unter die Arme Bon Jovi. Der skandalbefreite Rockstar wird heute doch tatsächlich 60 Jahre alt. Wahrscheinlich feiert er nicht in irgendeinem Musikclub in New York, sondern im Rahmen der Familie mit einem Kaffeekränzchen. Ach so, einige Abgründe hat er dann doch einmal in einem Interview zugestanden. Er habe wegen der Tourneen schon jede Menge Geburtstage und Schulaufführungen seiner Kinder verpasst. Du lieber Himmel, das ist... ...neinen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Es grüßt Sie auf das Herzlichste.